Musik Mein Name ist Bernd Mohr, von Beruf bin ich Metallrestaurator und hier arbeite ich an der Rekonstruktion eines historischen Wirtshausschildes Gasthaus zum Engel in Bad Berg-Zabern Musik Seit einem Vierteljahrhundert bin ich in der Metallbranche tätig und meine Passion ist die Erhaltung des Kulturgutes Musik Ich mache Metallrestaurierungen in aller Art konservieren, schützen, bewahren, rekonstruieren als auch Blattvergolden und war schon für einige Kirchen in unserer Region tätig Musik 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 Musik